Hallo, mein Name ist Dietmar Dahmen, ich bin gerade in New York City, aber am 8. Mai bin ich beim 18. Shopping Center Forum in Zürich. Ich gebe eine Keynote über Wandel, über Innovation, über die neuesten Trends, die ihr braucht, um eure Kunden mega happy zu machen. Wir sehen uns am 8. Mai beim 18. Shopping Center Forum in Zürich. Beste Grüße aus New York. Ciao, ciao. See you then. Please welcome to the stage. Dietmar Dahmen.